hallo und herzlich willkommen zurück bei dead by daylight mit dem virus und mit mir dem murphy seit ewig langer zeit wir hatten zwar schon zwei aufnahmen gemacht aber irgendwie war das spiel vor ich darf das spiel meine sohn jetzt habe ich auch was habe ich denn jetzt Prozent geliehene Zeit und beugsam Prozent wenn es ein Ding jetzt habe ich in David hier nicht meine Weg das Spiel hat das natürlich als sie den anderen Zweifel von mir genommen warum das Spiel macht sich selbst selbst ständig im Moment über das war Tote weg ich habe noch nichts zu sehen achte ich dass wir einen Geist haben oder michael anderes wir haben Ruin Nerfee wir haben Ruin hallo ach du bist das gewesen ja du warst aber schnell habe ich nicht gesehen dass du zu mir kommst und da hängt der nuff nuff wieder ja hier ist sie in dem Haus drin guckt alle Schränke nach jetzt wird sie wieder ins Haus rein hoffentlich hält der nab ja das bin ich komm mit komm mit nicht da lang und hoff doch nicht immer die Richtung wo der Killer ist ich bin noch ich bin noch hinter die Bibliothek mit dem vom Alter Sachs-Spaar hierher hinter die Mikrowelle hier ja was hier mit das der für die D.A.V. D.A.V. und das zu lecker hier von der Art und das hier war mal dringend aber nicht Okay, rein. Ja, wahrscheinlich ist er auf Palette gemacht oder so. Den geht er, nachdem er aus Frenzsache wollte, hat dann zugeschlagen und ist dann so zu Boden. Muss dann erst mal selber aus Frenzsache bleiben, was ich sagen muss. Jetzt probieren! Ich geh ab, Hunko. Kannst du den Aufwächsack grad auf dich ziehen, damit er wieder zurückläuft? Ja, ich renne hier ein bisschen um Baum rum. Ich bin einfach immer um den Baum rumgerannt. Wird nicht, aber nicht zu sehen. Ist jetzt an dem Generator, wo wir waren. Geht jetzt wieder zum Generator, wo wir waren. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Die sehe ich immer noch bei mir, bei mir im Generator. Ich renne die ganze Zeit um den Baum drum herum, wo der Generator ist. Die sehe ich aber einfach nicht. Ey, was ist denn jetzt los hier mit mir? Warum treffe ich ihn nicht mehr? Ich höre in der Art, was gar nicht, wo ich besuchen soll. Ich bin ja in der Nähe von ihr, wo sie aufhängt. Ich bin ja in der Nähe von ihr, wo sie aufhängt. Ich bin ja in der Nähe von ihren Windernação. Ich glaube, da ist der Unter kaputt gemacht. Wie auf der anderen Seite. Das ist auf der gleichsten Höhe der Mäst eines Generators am Banken. Ich weiß, wo das Ruintod her ist. Ja, da ist was kaputt gegangen, Lörfling. Das war ein Tausend... Ja, da ist hier aber noch eins. Ein gewitter Bodenfleisch. Das hat sich wieder verloren. Wo ist denn diese heulende Myrte, ey? Die eine. Na komm, mach fertig da! Oh, David, ey! Die Fertigkeitsdinger, die lecken die ganze Zeit bei mir. Ich weiß nicht warum. Ja, bei mir hast du rein aber. Das war's. Ich weiß nicht warum. Aber nur diese Anzeige. Guck mal. Guck mal, wenn der Fertigkeitscheck kommt, dann deckt das. Das ist nicht warum. Aber nur diese Anzeige. Das sind zwei anderen am Generator. Die sollen wir nur uns was knallen lassen, ey. Hey, Mann! Das ist eine beschleppte Frau, die Sisse. Das Ding jetzt, warte mal, wenn ich mich aufhänge. Geht nach rechts weg ins Haus durch. Guckt da die Schränke durch. Ich bin das, siehst du das? Ja. Das bin ich. Ist links von mir. Geht nach rechts, ist weg. Geht nach rechts. Kommt. Geht nach rechts. Ist die drin? Ne, die kennt das von mir, dass ich die ganze Zeit einfach nur um den Baum rumrenne und verliert mich jedes Mal. Jetzt guckst du im Schrank rein. Warte fuck, ich bin da nicht im Schrank, ich bin aus dem Zaun hergelaufen. Warte fuck, warte, warte, ich geh mal vom Mikro vorweg, tut mir leid. Das war so ein bisschen komischer, ne? Ich werd ja weg, ey. Ich werd ja weg, ey. Lass dich hier entfallen? Willkommen. Oh, äh. Marerlein. Nein, die, die, ihr Tunnel, die wir nicht. Weil sie nicht, wenn sie nicht leichter kriegt, deswegen sind die ja schon hinterher. Scheiße. Nur besucht, wenn er nicht passt. Ja, schön, schön tunneln, das ist genau das Wichtige. So spielt man das Spiel. Ja, das hat ein Ende auch Nerfjahr 2. Ja, war ja aber dann klar. Du kannst natürlich wieder keine gescheite Runde spielen, ohne dass irgendeinen... ...tunneln muss. Nein! Man, jetzt was! Dieser Behinderte... Warum hat die Mechanizien runtergeküppelt, Alter, wie geht das denn? Die anderen machen nix. Alle sind so gerne warte. Warum macht Beweg dich mit? Man, der macht nix dahin, Alter. Ist denn... Ah, ich hab das heute auch die Vandauer geführt. Du bist am Arsch. Schön zu gucken, Servi. Da lehrt du doch was. Bei dir kann man nichts mehr lernen. Das ist aber einfach, ey. Du willst doch mal wissen, die Kröten-Streichlerin. Du willst doch auf der geile Seitseentur durch. Ich habe gerade noch gesagt, ich kann was mit dir leer. Na, 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 na. Checker, checker. Nichts engert mehr. Ja, ja. Siggi, Siggi. Ach, scheiße. Ich wollte... Ich hatte eigentlich was anderes vorgehaben. Ich wollte da wegen Fenster springen und so, aber... Hast du nicht gerade noch was gesagt, ich kann von der Leer? Ach, das war besser, als was du hingelegt hast. Aber der Krill, der ist auch nicht ganz gut. Ähm, gut. Vorhin. Vorhin hat er mich fünfmal gehabt. Ich bin jetzt einfach zweimal im Baum mitlaufen und verloren. Ach, nö, das ist auch noch da. Das ist, das, äh... Kann die einen, äh, one-shotten, wenn das Tod, wenn Totems nicht gemacht sind. Nein, das ist einfach nö. Du weißt, der andere ist, der andere ist auch drinnen, der kann ein paar wieder näher sein. Das ist der 50 jetzt hier. Ja. Der kommt nicht in der andere Richtung. Jetzt geht er plötzlich, der anderen hilft hier auch. Ah! Scheiße. Einausgang ist schon auf, ne? Ja, ja. Das ist doch gelandet nicht so und der kann jetzt überall sein. Renn nach vorne. Von der alten weg. In deine Richtung. Jetzt ist er wieder hinten bei der alten. Da guck die ganze Zeit um die alte herum. Nur, das ist das, das ist das Ding. Und... Jetzt geht es weiter. Einfach, ich weiß nicht, das geht. Aber, das ist ja... Ich hoffe nur, dass ich das Tod Punct. ich finde, dass es den wirklichen Achtung ein bisschen rum ist. Aber ich hab ja kein Nina-Will drin, eh. Die eine rennt raus. Der rennt raus. Der andere ist... Der Killer ist jetzt hinter ihm her. Rett aber auch, dass er rauskommt. Das war eigentlich so eine einfache Runde, ne? Oh, schafft er's kriegen? Ja. Ja, ja! Ich musste doch die Erde... Boah! Übel! Der irgendwie ist eigentlich so draufgegangen. Oh, what the fuck, ey! Boah! Alter Verwalder! Alter Verwalder! Sehr schön! Ja, Freunde! Das war's für diese Runde. Viel Spaß und der Nächste! Tschüssi!